Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist erst vorbei, wenn ich es sage Bitte sag mir, dass er am Leben ist Ganz locker, er atmet Noch Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht Das geht nur das Hauptquartier an Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast Heute gebe ich einen aus Gar nicht übel, Mitchell Du hast gehalten, was du versprochen hast Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Ah, nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was? Können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas? Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Die KVA wurde immer besser. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Aris Zweier, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Deaktiviert Tarnhaus. Drei, drei. Halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien. Over. Negativ. Keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien. Zwei, vier. Freigabe für alle Ziele. Over. Das wird ein Spaß, Mitchell. Wie Korea. Nur mit mehr Strahlung. Zwei, vier. Bodenluftraketen auf zwölf Uhr abgefeuert. Over. Kontakt, Kontakt. Leite Schrauben gegen Master Analyze. Raid, zwei, drei. Wir sind getroffen. Wir sind... Zwei, vier. Abgeschossen. Zwei, vier. Abgeschossen. Zwei, fünf. Position aufgeben und Alpha unterstützen. Over. Verstanden. Zwei, drei. Wir haben Feinde in unserer Landeszone. Verstanden? Roger. Bravo. Die Dächer sichern. Mitchell, Ziele auf den Dächern abschießen. Nichts. Nichts. Erwischt. Wir fähren, den Anlass. Eine erwischt. Gute Treffer. Landeszone ist sicher. Sie sind in Position, Bravo. Bringen wir es hinter uns. Einsatz. Team zwei, im Einsatz. Over. Mitchell, Seilrutscher einsetzen. Alpha, wir sind am Boden. Stoßen um drei Uhr dazu. Willkommen zur Party, Bravo! Sammeln! Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihm zum Zielgebäude vor. Yes, sir! Abrücken! Feuer frei! Fußsprung aktivieren! Mitchell, hinter diese MCDs und Feuer erwidern! MT-Pilot, Sulu gefallen. Wiederhole, Sulu gefallen. Hinter diesen Drohnen in Deckung gehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit優しく Kontakten свой Sieben crushing cùng Gideon, der MT ist noch aktiv. Dann soll sich verdammt nochmal jemand darum kümmern. Über 20 Fußsoldaten nähern sich aus dem Nordwesten. Weiter vorrücken! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Bastard hat ein Trophiesystem. Nochmal! Haben Sichtkontakt zu einer Munitionskiste! Eine Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße! Hol' mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell! Wir werden mit dem Pärser erledigen! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR wir sind unterwegs wir müssen zum kontrollgebäude bewegung so 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 Achtung! Ihr werdet auf Zivilisten. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger. Öffnen wir die Türen. Einer nach dem anderen. Los. Sicher. Hier entlang. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen?